Zirkus Muck Zirkus Muck ist eine Eventlocation mit Erlebnisgastronomie und Shows. Gleichzeitig haben wir eine Unterkunft, wo wir Camps anbieten und Zirkusprojekte. Wir liegen hier in der Mitte der schönen Glarner Bergwelt. Das heisst, dass wir entsprechend kalte und schneereiche Winter haben. Darum brauchen wir eine gute Heizungslösung. Um in einem Wagen eine schöne Heizung zu finden, ist gerade auch von den Platzverhältnissen nicht ganz einfach. Da haben wir mit unserem regionalen Heizungsfachmann das angeschaut. Er hat uns wunderbar beraten. Und so sind wir schlussendlich auf die Heizung von Elko gestossen. Wir sind sehr glücklich, wir haben mit dieser Heizung wenig zu tun. Und beim Arbeiten konstante Temperaturen, auf dem her wirklich eine tolle Sache. Wir sind sehr glücklich. Wir sind sehr glücklich. Wir sind sehr glücklich. Ich habe...